Oh Gott, ich erinnere... Vorsicht, Platz da! Vorsicht, du blöde Sau! Was ist dein Problem? Die Feuchtigkeit spüre ich richtig in den Knochen. Niemand kann sehen, ob du high bist. Ja, ich bin hier... Yesen, ein Schlag. Das Problem ist, diese irischen Scheißer können ihre Brügeleien nie lange genug unterbrechen, um was hinzukriegen. Und wenn Burke mal eine Sekunde lang aus seiner Flasche geklappen käme, würde er dem Schlachter wirklich ärgern. Hä? Was war das? Ich glaube... Was weißt du über die Fleischfabrik? Die ganzen Geschäfte, die dem Boss Schutzgelder zahlen. Ich weiß, wo sie sind. Bleib in der Stadt. Dein Arsch gehört jetzt mir. Hä? Ich schwöre, dass ich was gehört habe. Hm? Ich schwöre... Bebe,itor...